Musik Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Der passt ganz genau, Post nur dann ins Tor. Der Ball kommt rein, Gabriel Jesus, was für ein Tor. Die Ecke kam gut rein und dann fällt das Tor. Da kam die Ecke klasse rein und der Abschuss passt. Dieses Tor müssen wir uns unbedingt nochmal anschauen. Ja, der Eck war... Da ist die Flanke, da ist er drin, ein toller... Gabriel Jesus, Philippe Andersson und jetzt die Schoß. Noch ein Treffer. Die sind richtig gut drauf heute. Gut gemacht, er kann hier verwandeln. Der Angriff könnte was werden. Hereingabe. Da hat der Torwart keine großen Probleme. Da sieht er unglücklich aus, das ist sein Eigentor. Philippe Andersson. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Kovacic. Trifft er, ja, drin, Tor. Kurze Distanz, das war dann nicht allzu schwierig. Er ist da noch dran, aber es reicht nicht mehr. Philippe Andersson. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018